Mein Name ist Sebastian Reiter, komme aus dem Möbelhaus Zeppenfeld in Olpe-Lüttringhausen, ein kleines 77 Jahre altes Traditionshaus mit 900 Quadratmetern Fläche im gnadenlos hochwertigen Bereich. Da bin ich zu Hause. Ich habe mich für den 100%-Club entschieden, weil mir das Konzept einfach unheimlich spannend rüberkam. Mit kleinen Schritten, Tag für Tag, etwas an seinem Verhalten zu ändern und damit auch Anlass auf Kunden und auch auf die Umwelt einzugehen, das ist schon spannend. Das ist eine Aufgabe, das ist eine permanente Aufgabe, die einen doch wahnsinnig wachsen lässt. Bei der man gerade im zwischenmenschlichen Umgang die Möglichkeit hat, die kleinen Stellschräubchen genau in die richtige Richtung zu drehen. Nicht dieses Hau-die-Bau-verkaufen. Nicht, ich muss jetzt unbedingt hier in der nächsten Woche den Umsatz verdoppeln, nur weil ich auch ein Zwei-Tages-Hauruck-Seminar war. Nein, schöne, kontinuierliche Verhaltensänderungen, die dazu führen, dass man einfach auf Dauer die Möglichkeit hat, auch da nochmal weiter zu verfeinern. Und das ist eigentlich das, was für mich den 100%-Club ausmacht. Ich gehe einfach viel entspannter auf meine Kunden zu. Das ist das, was ich im Endeffekt mit rausziehe. Es ist auch so, dass man natürlich die Möglichkeit hat, jetzt in meiner Position meine Mitarbeiter, immer mal wieder und den Kollegen kleine Hilfen an die Hand zu geben. Und wir haben dadurch schon Anfang November eigentlich den Vorjahresumsatz des letzten Jahres, also 2014 eingespielt gehabt, was eigentlich eine richtig, richtig geile Kiste war. Also alles, was jetzt kommt, macht Spaß.